Uff, Aussi. Uff. Würde Bewegung quasi. Ja, das geht sehr, sehr schnell. Das geht alles sehr, sehr schnell. Studio Azubi-Zombi-Klatschen. Käpt'n Vixen. Hallo. Gut, dann geht's mir. Hallo, Tom. Resub-Time, ja? Dankeschön für den Resub. Im 15. Monat. Dank. Ist alles paletti? Eigentlich alles. Ja, es sind zwölf Tage. Hallo. Hallo. Ich wollte doch nur hier mal gucken. Jetzt gehen die mir schon wieder alle auf den Sack. Mein Resub ist immer am 10., weil ich an der alten Arbeit immer am 10. Geld bekam. Ah, okay. Erster Bus down, nice. Barbecue ist fertig, wer will. Ähm, was wollt ihr jetzt alle hier? Bad pick. Dankeschön für den Follower. Die lassen mich gerade aber nicht hier raus, ne? Jetzt nicht so in Ordnung. Schon wieder alles voll von denen? Wie? Wer ist dien? Ja? 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 so klar dass sie auch noch hier irgendwie ich aus ruht ich habe erst rasierer bereit gelesen der das ist mir aber auch schon passiert ich habe das auch schon gelesen mit dem rasierer da bist du nicht alleine erst mal bann hölle sollte weitergehen ich glaube das endet ähnlich wir haben ja gesehen dass sie immer wieder überall spawn danke für deine tropfen den implantate schon ein bisschen eklig aber das ist schon ein bisschen also hier du gehst hier rein wirst erstmal komplett erschossen und drei seiten ganze studie ist voll das ist ja so ein streamer ich habe schon mal gefragt aber hilfe ich habe eine schnauze voll hier spürt meine kotze warte die tut wie erst mal schauen wo ich überhaupt hin muss keks danke für die stufe 2 im 67 monat alles klar keks viel glück hallo passt hallo pascal dankeschön für die dass du das einsetzt richtig nice und ihr wie geht sie stets finde ich auch nice ja ich auch so richtig richtig geil hallo klaus ach ja mir geht es super dir ja es könnte besser sein aber ja ich muss mal los nichts persönliches ist okay tschüss wiedersehen wo ist der scheiß weg die mutet man noch mal na da da long baby shark so bist du denn was nie wieder nicht hin ich muss jetzt rein und ich habe aber gar keinen bock das war das ich muss zwei minuten in sehr hoher stimme reden das ist ja nicht das ist folter mich post auf tastatur gehauen hat der sound geklappt ich habe jetzt nichts gehört hat der okay super ja ich muss in zwei minuten in dieser hohen stimme reden das ist haben wir neu hinzugefügt ist ganz furchtbar für euch und auch für mich aber ist zum glück limitiert pro stream drei mal berserker danke für den prime im dritten monat vielen vielen dank wünsche auch ein schönes wochenende also ich mag es mich stört es jetzt nicht das sind zum glück nur zwei minuten meine stimmbänder halten das aus so sprich mit bozzi und sage ihm dass hannah sich sorgen um ihn macht da oben ist er warum habe ich denn immer so eine komischen leute hier die sich die ganze zeit in gefahr begeben aus weiß ich nicht feier gibt es hier feier okay alles feier gönnen wir uns mal energy dann reden wir mal mit dem haben wir spaß den namen genannt ach so faust auf tastatur gehauen ja geil oh man sehr schön spaß mit dem gem hat hallo kippen herzlos Okay. Okay. Eimerchen! Oh, Eimerchen! Okay. Aua. Das wird ja lustig werden. Hallo, Skura! Vergehe ich nicht mit den Mörsern an der Front. Wow, wow, okay. Oh, warum bist du so schnell? Verpiss dich! Äh, Waffe? Okay. Ja, ich pass ja schon auf. Äh, wegen der Beerdigung heute nur geheult und geschlafen. Ich könnte ihn über 17 Jahre. Oh, Mann. Oh, mein herzliches Beileid. Oh, Mann. Ich bin ganz doll gedrückt. Das ist nicht schön. Ich bin ganz doll gedrückt. Ich bin ganz doll gedrückt. Ich bin ganz doll gedrückt. Hm? Pierre, danke für die Verschenkung, das ist sehr lieb von dir. Das ist schon heftig hier mit den Explosionen. Oh, keine Patronen mehr. Komm jetzt noch mehr, das ist echt viel. Okay. Oh, okay. Oh, oh. Oh, nee. Von der Explodierenden. Eww. Auf Stufe 3 sogar noch, dankeschön. Ist sehr lieb von dir. Natürlich kann ich jetzt nichts weiter mehr einsetzen. Ja, aber wie viele soll ich denn hier noch töten? Aua, 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 aua. Wir locken die gerade ja alle her, oder? Ein bisschen Support erlassen an den nicht so schönen Freitag. Ja, ist heute irgendwie allgemein so ein bisschen doof, ne? Oh, jetzt spucken die hier rüber, das ist ja auch nicht so geil. Das ändert aber auch nicht mehr. Ja. Boom, Baby, boom, feiere mit Bodi, das ist ein erfolgreiches Experiment. Ja, wer gibt mir jetzt die Patronen wieder, die ich jetzt hier alle verschwenden musste? Niemand, ne? Könnte aber auch schlechter sein. Ja, kommt drauf an, wer was für einen Tag hat, ne? Ja, also, ja. Ich meine, jetzt so allgemein heute ist ein bisschen bedrückter die Stimmung. Ich merke das schon. Bei vielen. Aber vielleicht lenkt euch das ja hier ein bisschen ab. Hannah hat gesagt, du warst das Business und sie war richtig. Stellar fucking worked there. I certainly got me steps in today. Und du hast mir genug Zeit bekommen, um aus diesen Spaghetti-Wires zu machen. Neue Toys zu spielen. Neue Ideen. Neue Know-how. Ja. Ich höre. Ja, ich höre. Müsste gar nicht, dass unsere Hände so krass aussehen jetzt. Oder es ist schlimmer geworden. Seht ihr das? Das habe ich jetzt vorher, glaube ich, gar nicht gehabt. Gott. Wir sind verdammt. Konisches Wundersekret. Oh. Oh. Sammeln sehr interessante Sachen auf. Oh. Okay. Schönes. Schönes Geräusch. Oh. Dann hätten wir die Aufgabe auch erledigt. Ja schon. Oh. Die schreit jetzt wieder hier rum. Die schreit jetzt wieder rum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aua, Mensch. Hä, ich hab doch noch Leben gehabt. Ich hatte da oben links Leben. Sage mal. Böses Spiel. Guck mal kurz auf die Karte, ich bin ein bisschen verwirrt. So eine Zone in der Nähe reisen. Aber hier ist zu. Markier's mal trotzdem. Vielleicht komm ich ja doch hier raus. Oh Gott. Das sieht aber nicht so aus. Aua. Das ist der Weg, ne? Ja, der ist zu. Verdammt. Ich will hier raus. Ich muss jetzt komplett den Weg bis hierhin wieder latschen. Na gut, machen wir das. Oh, der Spucker ist auch da. Da komm ich nicht hoch. Mann. Das Spiel gönnt mir gar nichts. Bis nicht jetzt. Tschüss. 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 Guten Hunger, Reno. Sag mir jetzt nicht, ich komm hier nicht raus. Oder doch. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jetzt hätte ich irgendjemanden jetzt gebissen von euch. Wenn das nicht geklappt hätte. noch mal. Jesus. Hallo. Dann ist es noch mal. Ich bin's von euch. Und dann bin ich ja auch. Und dann bin ich da. Und dann bin ich jetzt. Ich bin's. I bin es. Und dann bin ich eine große Rolle. Ja, toll. Alles voller Feu. Na toll, ich lauf genau dahin, wo er ist. Ja, toll. wir haben es geschafft dann kann ich ja auch mal die waffen hier wieder heil machen bisschen munition herstellen ich konnte die verbessern ich mag die waffe sehr sehr gerne so war wo war die nächste sache die war in venice beach da steht ja auch eine quest verfügbar gucken wir mal die 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 sie noch markieren wartet quest was von brande übrig blieben machte ich bereit für den angriff auf die todesgruben und nein ich weiß genau wo das ist da habe ich ja richtig bock jetzt drauf da wo die richtig vielen sind das wird ja lustig habe ich noch was zu verkaufen die wollte ich behalten die war ziemlich cool das können wir verkaufen habe ich nicht eingesammelt gehen wir zu den todesgruben das wird ja richtig lustig lustig warte ich habe das messer noch verbessert ne ich muss mal ausprobieren das sind ja zwei von denen wir kotzen uns gegenseitig an jeder wie er will er dürfte der spuck mit feuer ich spuck mit säure und die als echt in sich aufgeblähte milz mit der froh dass ich noch nicht nieren eingesammelt habe das wärs noch wenn ich jetzt hier noch nieren sammeln könnte oder das wäre ja ein traum wird sicher noch kommen vielleicht das messer ist echt das ist wirklich bestialisch schönes jagdmesser und ein kochmesser fatality die komme ich schon ganz gut klar mit diesem weil man ich finde das messer super so es ist aber gut hier nein ich finde ich jetzt nicht so cool so hier in diesem auto zu kämpfen so hier in diesem auto zu kämpfen du blöde schrulle so hier in diesem auto zu kämpfen und ja Ha 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 ha.